Nimmst du schon, äh, klatsch mal bitte so, wenn du auf Aufnahmen gedrückt hast. Ach so, einfach starten dann halt. Ja. Gestartet. Klatsch doch, ach egal. Ich hab geklatscht. Okay, okay, okay. Du wärst geklatscht oder hab ich gestartet? Okay, ich hab nix. Ne, du musst erst klatschen, also erst klatschen, nachdem du aufgenommen warst. Hab ich. Ach so, okay, bei mir kam kein Klatschen an, das ist schlecht. Also ich muss das ja auch in meiner Audio haben. Warte, dann haben wir Versuch Nummer 2. Jetzt gehört. Nein. Das ist so viel Mikrofon, Alter. Ja, weil, weil, weil der, der filtert die ganzen Hintergrundgeräusche aus. So, ja scheiße, aber ich krieg das schon hin. Ja, warte, wenn ich dabei rede, dann klappt das nicht. Warte. Ja, guten Tag, Nils. Jetzt hat er geklappt, oder? Nein. Was? Jetzt ist auch egal, ich krieg das schon irgendwie hin. Ähm, ja, ich hab meine Aufgaben. Ich muss hier erst mal klarkommen, also fick mich bitte nicht direkt. Ich weiß nicht, ich bin stuck. Ah ja, perfekt. Ich weiß nicht. Ach so, warte. Hallo liebe Gäste, ich muss Ihnen was zeigen. Ich hab gerade einen T-Rex getasert. Hey, Moment, warum kannst du tasern? Ich kann nicht tasern. Hä? Warte, wer von uns ist jetzt der Dino? Ich. Und ich kann tasern. What? Ich muss hier eine Spinne finden. Wie soll ich denn ne... Es gibt eine Spinne sche... Oh Gott. Das wird Spaß, ich brauche sie. Ähm. Wo bist du denn so? Ich bin Fieder. Oh, vielleicht war ich da ja vorhin schon, eventuell. Und hab vor den Leuten getanzt, was ne Aufgabe von mir war. Halt's den Maul! Du bist ein Flugsaurier? Ach komm! Kann ich dich nehmen? Oh. Was? Dein Kauf, mein Kleiner. Was? Der macht ja gar nichts. Hallo. Hau mal an. Ich kann hier gar nichts mehr machen. So. Wo sind die Pakete hier? Nein. Ach Junge. Das ist ja so dumm. Kann ich aus dem Auto raus tasern? Nein. Ich kann nur zeigen. Alter. Komm mal runter Kopfrauchen. Nein. Ich komm nicht runter Kopfrauchen. Oh Gott. What the fuck? Hey, da war mein Auto. Ich bin weggeblogen, weil das explodiert ist. Nein. Hä? Hä? Ich bin wieder ein Wischwort von dem Ding. Wie weit geht mein Taser? Nicht so wirklich weit. Im Winter habe ich mich mehr selbst getroffen. Na? Hey, wo bist du hin? Yo. Ja. Sicher. Was? 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 Hä? Als ob du jetzt einfach kehen kannst. Nein. Alter, vorhin nicht die Scheibe. Ey, hör auf mich abzunehmen. Wo bist du hin? Ja, ich bin weg. Du bist da immer in der Küche. Nein. Hä? Dein Schranker? Toll. Ja, verrate ich nicht. Du bist da oben. Ach fuck. Wieso kannst du mich tasern? Das ist so dumm. Ja, aber ich bin auch gar tasert. Wieso taser ich mich selber? Ja, aber du bist bei mir gar nicht mehr da gewesen. Ach so, dort fliegst du. Ach fuck, du hast dich gesehen. Sicher hab ich dich gesehen. Ich dachte, ich wäre voll versteckt gewesen. Junge, Alter. Wo ist das scheiß Aquarium, Mann? Ich find das nicht. Ist das hier ein Aquarium? Hier sind Pinguine. Oder hier ist ein Souvenirshop. Ich brauch ne Map, Mann. Okay, man sieht aber, dass die Gehege nicht dafür ausgelegt sind, dass da Dinos drin leben. Ich find dieses scheiß Aquarium nicht. Wo bist du überhaupt? Ich reise durch die Welt gerade. Wacht, komm halt zum Maul. Als ob du mich hier einfach nehmen kannst. Lass mich doch jetzt einfach hier die Mission machen. Wo ist das kack Aquarium, Mann? Auch hier. Clean Aquarium. Ist das hier clean? Ah, okay. Fuck. Hab ich ab. Nein, wieso hat mein Teele nicht getroffen? Junge, das ist so dumm. Das ist so ein scheiß Flugsaurier nebenkanz. Alter. Alter, wie der schreit. Ja, komm. Ach, Mann. Ja. Och nein. Ich hasse dich in dem Karten. Der hat mir in Euro geschwendet mit ungefähr 100 Mal Abfuck drin. Und die wurden gerade vorgelesen. Okay, ich muss darauf bauen, dass du nicht weißt, wo ich bin. Da will ich nicht drauf bauen. Nein! Aua! Nein, 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 nein. Ich hab so wenig Leben. Och Mann! Was hab ich dich getroffen? Ja. Ich hab dich getroffen. Ja. Was hast du? Junge, die gehen mir so auf den Sack gerade auf Twitch. Ich kann mal runter Kopf rauchen. Ich kann mal runter Kopf rauchen. Ich hab dich runter Kopf rauchen. Ich kann mal runter Kopf rauchen. Och, wie geil. Ich kann auf den Kabel reiten. Moment. Du kannst auf den Kabel reiten. Ja! Wo könnten denn die Pakete sein? Moin! Auf dem Weg! Oh Gott! Scheiße! Nein! Aus dem Weg! Kann ich ja nicht mal überrennen? Oh nein! Mein Kabel! Hey! Komm, gewinnen wir das Spiel jetzt hier mal. Nein, 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 nein! Nachgemacht! Animals win! Ich will ja... Ich will ein Match einfach auch als... Warte, ich will ja als Tier sein diesmal. Ich erstell mal ein Spiel, wo ich... Warte mal... Server Name... Okay. Ich bin die